Autsch, damit hätten sicherlich die wenigsten gerechnet. Der 1. FC Köln gewinnt mit 7 zu 1 gegen Werder Bremen und in der 16. Runde der Bundesliga-Saison ist das ein absolutes Debakel für Werder und ein riesiges Ergebnis für die Kölner, die das auch komplett verdient haben. An dem Ergebnis gibt es auch nichts zu rütteln. Werder war unglaublich schwach und Köln war einfach unglaublich gut. Schreibt mal gleich eure Meinung zu diesem sensationellen Spiel in die Kommentare. Warum glaubt ihr, war dieses Spiel so ein Klassenunterschied, obwohl diese beiden Teams eigentlich tabellarisch ziemlich ähnlich zueinander stehen? Es Werder noch im Winterschlaf gewesen, hat Köln auf einmal einen Auftritt bekommen von Steffen Baumgart und seiner fast schon animalischen Art und Weise an der Linie zu stehen? Gerne mal zu eurer Meinung in die Kommentare schreiben, ich diskutiere wie immer gerne mit. Was man gleich von Beginn an gesehen hat, Köln wollte es einfach mehr als Werder und zeigte das ja in einer unglaublichen Abschlusskonstanz. Lindenmeiner sorgte für das 1 zu 0 und Steffen Tigges legte dann mit einem Doppelbach gleich nach. Und dann Elias Giri in der 30 Minuten schon mit dem 4 zu 0 und Werder war schon geschlagen. Eine unglaublich desaströse Leistung von der Werder-Abwehr, die einfach nicht anwesend war. Auch Pablenke hat er nicht gut ausgeschaut bei dem 50 Meter Weitschuss von Tigges. Hier gab es einige kuriose Situationen und für den neutralen Zuschauer wie mich zum Beispiel einfach auch ein sehr cooles Spiel zum Schauen. Für die Werder-Fans natürlich eine, ja, hat man nicht hinschauen können, das hat wirklich wehgetan. Köln führte mit 5 zu 1 zur Halbzeit. Ja, Werder schaffte sogar noch einen Anschlusstreffer durch Niklas Füllkrug nach einem Eckball von Marvin Duxch. Aber Köln führte mit 5 zu 1, das Spiel war gegessen und auch nach der Halbzeitpause kam Köln mit mehr Selbstvertrauen hinaus und erzielte dann durch einen unglaublich schönen Elias Giri, Seitvollzieher und auch ein Eigentor von Marco Friedl, noch das 7 zu 1 und schickte dann mit Werder wieder zurück in den Norden herauf mit 0 Punkten und einer unglaublich schlechten Tordifferenz. Das ist jetzt, das ist wirklich eine unglaubliche Leistung der Kölner gewesen, vor allem auch in deren generellen Spielfreude. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, so ein Skiri, so ein Tigges, so ein Meiner, Hussein Basic, dass die wirklich Bock haben, hier aus der Winterpause zurückzukommen und anzugreifen, während Werder einfach komplett auseinandergefallen ist und am Ende sogar von Glück reden kann, dass es nur 7 zu 1 ausgegangen ist, was, glaube ich, eh schon einer der höchsten Vereinsniederlagen in der Geschichte ist. Dementsprechend können sie sich da glücklich schätzen und Köln kann auf jeden Fall einiges aus diesem Spiel mitnehmen. Dann wurde sogar noch Ex-Werderaner Davy Selke eingewechselt, der traf zum Glück für die Werderaner nicht, das wäre nochmal so die Kirsche auf dem ganzen Eis gewesen, aber bei Werder muss man sich jetzt wirklich wieder zusammenrütteln für das nächste Spiel und ich glaube ich ist gegen Freiburg dann, während Köln nach Bayern geht. Und da muss man einfach sich hinterfragen, was war da los, ist man nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen. Grundsätzlich waren ja eigentlich die besten Spieler auf dem Platz, Romano Schmid ist ja verletzt aus, fällt ja momentan aus, aber so ein Marvin Dux, so ein Niklas Füllkrug, so ein Bittencourt, so ein Mitchell Weiser haben ja sehr gut Hinrunden gespielt. Deswegen hier auch gerne an die Werder-Fans, warum glaubt ihr, hat das heute einfach nicht funktioniert? War da einfach eine gewisse, ja, Winterschlaf würde ich mal bezeichnen. Da, dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare und ich bin noch immer ein bisschen baff, wie deutlich das ausgegangen ist, aber komplett verdient, Glückwunsch an die Köln-Fans und falls euch dieses Video, kurze Reaktionsvideo gefallen hat, gerne Bewertungen lassen, gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und wie gesagt, schreibt es euch mal in die Kommentare rein. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal und ciao!